Heute ist doch mal Zeit! Mann, Mann, Mann! So, ich hab doch hier irgendwo Sachen für den jungen Mann gehabt. Hier einmal, äh, oh, das muss ich mir auch noch alles angucken, genau, ähm, hier haben wir noch eins, hier haben wir was, äh, 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 ja, hatte ich nicht noch mehr? Ne, hier ist nur Essen drinne, die war jetzt leer? Ja, ich hatte doch eigentlich noch mehr, äh, 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 ne, anscheinend nicht. Oh, das hier ist bestimmt was für den Magier. Keine Ahnung, ob das auch was für den Magier ist, egal. Hallo. Hallo. Und zwar hab ich einmal das, einmal das und zwei davon. Die Wundengier, die kenne ich schon, die Holzräder. Damit habe ich aber bisher noch nicht herausgefunden, wie man die herstellt. Und dieses glitzernde Zeug, ach du Heilige. Ja, ähm, das könnte lange dauern. Brauchen Sie die wieder, oder können Sie die erstmal behalten? Die können Sie behalten, ich kann damit nichts anfangen. Aber ich nehme, äh, wenn Sie irgendwann mal unterwegs sind und die Pflanze Wolfsbann finden, die nehme ich sehr, sehr gerne. Okay. Die, äh, passt irgendwie zu mir. Obwohl, Sie haben rote Augen und die Pflanze ist lila. Sie haben jetzt nix lilanes an Ihrer Kleidung oder so. Ey, sie duftet aber schön und... Na gut, das stimmt. Stimmt, Sie haben recht, ich habe nichts lilanes. Äh, ja. Also, wie gesagt, wenn Sie so eine Pflanze finden, die nehme ich sehr gerne. Ja. Und ansonsten wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag beim Tüfteln und Erforschen. Beim sich langweilen. Oder das. Schönen Tag noch. Dann werden wir uns doch jetzt einfach mal hinsetzen. Apropos. Genau. Warum geht ihr alle in mein Haus? Ein Sicherheitschef. Und... Hunter. Geh weg. Ja, steht da. Du bleibst... Draußen. Du... Ich... Jetzt lass mich hoch, das ist mein Haus und nicht deins. Mann. Ach. Ähm. Genau. Holz. Wie macht man dieses... Diese... Diese... Holzzäune. Ich... Die haben auf jeden Fall... Da sind sie dick. Und da sind sie dünn. Genau. Da machen wir doch gleich mal ein paar davon. Ups. Egal. Je mehr, desto besser. So. Äh... Das... Äh... So. Und... Das dort... So. Boah, ey. Ich... Nee, ich mag euch bald nicht mehr. So. Äh. So. So, hier hinten muss ja noch was ran. Oh, da müssen die Bäume wieder weg hier unten. Ich habe ja herausgefunden, dass man die mit Wurzeln rausreißen kann. Geh weg, meine. Och, da haben wir hier aber auch ganz schön viele. Das könnte auch zu einer Plage werden. So, dann muss hier noch einmal so ein Erdblock hin. Und dann ich das hier hin. So. Ich brauche noch mehr davon. Wir machen das mal bis hierher. Ja, ich brauche eindeutig noch mehr. Hier steht schon wieder so, ihr nach. Lass mich durch, ey. Mann, was habt ihr bloß mit mir? Weil ich euer Kollege jetzt bin. äh, 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 so. Ich brauche also noch mehr davon. Aber wie ist, wenn wir das hier hin machen? Das wird nichts. Oh. Das soll der Herr Nier, äh, der Herr Darko selber ausfinden. So. Steht hier, komm rein und geh wieder raus. Sag es mal, ey. Das kann doch nicht Spaß sein. So, und wenn wir hier das Tor hinmachen. Ja, sehr schön. Äh, äh, so. Oh, die waren falsch. Und Baum gestorst. Du musst leider weg. So, ja, passt. Licht hab ich auch noch dabei. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. 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 Eins, zwei, drei. Ich glaube, der muss auf Toilette so schnell wie der gerannt ist. Eins, zwei, drei. 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 Das sind mir hier eindeutig zu viele. Ich hätte diesen Auftrag vielleicht doch nicht annehmen sollen. Eins, zwei, drei. Drei. So, fällt nicht auf. So, damit hier hinten schön hell ist, wenn ich hier mal rausgehe. So. Und meine komischen Automaten will ich doch noch hinstellen. Was mache ich da rein zum Verkaufen? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall sowas. Das hier brauche ich schon mal überhaupt nicht. Und das auch nicht. Und die Pflanze auch nicht. Was brauche ich denn noch? Was ich verkaufen kann? Holz auf jeden Fall. Ich habe gar nicht so viel zum Verkaufen. Ich habe gar nicht so viel zum Verkaufen. Das da vielleicht. Nee. Auf jeden Fall das. Dann, äh, Holz. Das hier. Kann man gleich ein paar mehr herstellen. Ähm. Und. Da muss ich noch mehr machen. Ups. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Ach komm. Geh weg. Ähm. Ich stelle mal hier einen hin. So. Ähm. Ich brauche Geld. Was ich da rein machen kann. Ich habe doch welches dabei. Ähm. So. Für. Das. Genau. Ähm. So. Hier. Kommt. Wie viel habe ich hier verlangt? Ein. Okay. Machen wir hier auch einen hin. So. Äh. 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 Da und da. Machen wir das so. Für zwei und hier mach mal ein, zwei, drei, drei, vier. Kann ich das überhaupt so aufteilen? Ja. Äh. Ähm. Vier. Äh. Füür für, ein, ja. Los. Kauft. Kauft. Mist. dicken menschen ja das holz kommt da der dreck kommt dort rein das essen bleibt bei mir so aus den steinen wollte ich noch den weg machen genau ja dann werde ich mich erst mal aufs ohr